Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Buchshalm, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung und Funkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Kinder, Kinder, hört doch auf! Das ist ja furchtbar! Das ist ja nichts mehr zu ertragen! Ich glaube, wir sind doch heute schon viel moderner! Wir tanzen wieder Volker, wie früher Tante Olga, so mit Jochai und 1, 2, 3 und 2, 3, 2. Man läßt jetzt auf der Flüte, dann in die Jagdkompete, so wunderbar wie früher war, wird wieder sein. Im frühen Morgenwind, wie in destillierte Fahnen, zum zweiten Frühstück gibt es wie bei unseren Armen Bananen, zum Schweine Schnitzel rüdes Heimerwein. Zwei, drei, vier, wir tanzen wieder Volker, wir tanzen wieder Volker, denn Volker wird die große Mode sein. Die neuste Mode ist jetzt wie vor 50 Jahren, trotzdem wir nicht mehr Kutsche, sondern Autofahren. Man lehnt sich wieder nach der guten alten Kleine, nur ein paar Jährchen noch Kinder und dann ist es so weit. Dann tanzt kein Mensch mehr den verrückten Boogie-Boogie und Liedchen Müller rauft mit Juno statt Naloki. Auch die Musik geht mit der Mode mit, zu langen Röchen passt kein Sing und auch kein Boogie-Boogie-Schritt. Wir tanzen wieder Volker, wie früher tanze Olga, ja. Man läßt jetzt auf der Flüte, dann in die Jagdkompete und noch einmal. Aber jetzt! Wir tanzen wieder Volker, wie früher tanze Olga, so mit Juppei und eins, zwei, drei und hoch das Bein. Man läßt jetzt auf der Flüte, statt in die Jagdkompete, Kinder so wunderbar, wie früher war, wird es wieder sein. Im frühen Morgen sind die bestinierte Fahnen, zum zweiten Frühstück gibt es wie bei unseren Ahnen Bananen, zum feines Schöpfel, rüdes Heimerwein, zwei, drei, vier. Wir tanzen wieder Volker, wir tanzen wieder Volker, denn Volker wird die große Mode sein. Er Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020